Dein ganz persönlicher Damm-Herrsch-Burger in Bio-Qualität. Wir alle müssen umdenken, neue Wege gehen. Und das tun wir, indem wir viel mit Wildfleisch aus dem eigenen Damm-Wildgehege arbeiten. Natürlich nur in Bio-Qualität und auch zertifiziert. Und so ist es gekommen, dass nur das beste Fleisch, frische Pfiffer und zart schmelzende Käsesoße sich zusammen mit Bacon auf einem Burger verbinden.